So, ich hoffe mal, das wird jetzt hier nicht stunden dauern. Und wieder mein Auto, und wieder das Einhorn und das, was auch immer das sein soll. So, ich hoffe, jetzt verkacke ich mal nicht den Start, sonst schaffe ich es immer. Das ist eben schön verkackt. Ach, diesmal hinbekommen. Jetzt holt er sich erstmal Windschatten, ey, nee, nein. Wie das aussieht, oh Gott, das werden wir nicht schaffen. Ach du Scheiße, du wolltest noch ne Runde, ey. Ich bin kurz davor, böse Wörter zu sagen. Sorry, das hat sich so geil angeboten. Ja, total. Du musst die Chance nutzen. Du kannst mal meinen Arsch nutzen, ey. Das ist die geilste Chance, die du bekommen kannst. Nein, hier kann man nicht GTA-Modus einstellen. Oh, 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 oh. Ja, man. Will. Wieso bist du erster? Weil ich mich überdreht hab. Ich bin der erste Mal durchgekommen. Digga, ich hänge Maus fest, ey. Ich glaub, wir hätten wirklich die Folge bei 12 Minuten lassen sollen. Ich bin der First bei durchgekommen. Digi. Ich machs rückwärts! Ich machs rückwärts! Äh, was? Nichts! 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 Ja, total, ey. Versteht man vollkommen, was du damit ausdrücken möchtest. So ein richtiger Pickel, ey. Ja, die, die das Leute. Die, die das Leute, die das Leute. Die, die das sehen, die wissen das schon. Ja, total. Lol. Meine Karre ist schon total im Arsch und bei dir. Ach du Scheiß. Bei mir läuft's. Jetzt schon. Ist dafür nicht ein bisschen zu jung, dass es bei dir jetzt schon läuft. Yeah. Den hast du jetzt verstanden, oder? Nein. Okay, dann bringst du Sachen, die ich nicht verstehe und ich bringe Sachen, die du nicht verstehst. Fast. Wie lange es alle anderen verstehen fast. Ich glaub, niemand versteht's, aber okay. Wir labern nämlich die ganze Zeit nur Scheiße. Digga, wie oft kommt das hier noch? Ich glaub, wir sollten uns wirklich mal Internet leisten und uns Social Club leisten und uns Custom Maps leisten. Weil die Normalen sind doch etwas einfach. Kein Problem. Das musst du aber machen, weil im Moment hab ich Nachtschicht, da passt das nicht. Boing. Oh, 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 yeah. Ich mach die ganze Zeit immer bei diesen Sachen Frontflip. Yep. Der hat diesmal nicht geklappt. Runde 2. Alter, wo bist du? Irgendwo auf der Map. Sei ruhig. Ich hoffe, ich überrunde dich noch. Ich feier es dann. Däger. Ich feier es dann. Däger. 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 Als Fressbrett. Ich feier den ganzen Scheiß erstmal runter. Die ganze Kackröhre. Nein, jetzt bin ich bei dem Wallboyd rausgeflogen. Nein. Hast du verdient. Aber sowas. So schön im Speed. Oh, er kommt mir näher. Oh ja. Ja. Ich komm näher. Runde 2. Bleibst du bitte wieder im Haus stecken? Ne, ich mach die wieder rückwärts, weisst du? Die Karre überdreht sich da nämlich ein bisschen. Passt schon. Nein, ich muss auf der linken Seite nicht auf der rechten. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Please? First Try, du Nudel! Bist du jetzt beim Wallboyd? Ja. Ja, hauptsache ich pack den First Try und was ist. Danach packe ich mich derber auf die Fresse. Ich bin schon da, wo es so hoch geht wieder. Ja, 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 schön für dich. Oh, nein. Oh, nein. Ui, nein, ist toll. Denn wie brauche ich sterbe viele Unfälle? Keine Ahnung warum. Hast du verdient. Als Gors. Hast du verdient. Als Gors. Kannst mir mal eine Pube schmatzen bisher. Und da ist das Ziel. Halt die Fresse. So hätte es dich angehört, wenn das Ziel wirklich da gewesen wäre. Ja. Ja. Ich würde dich ausfindig machen und dir nach Hause kommen und... Ich bin da rausgeflogen, du Scheiße! Fertig. Ja, ha, 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 ha. Fertig. Halsgorsch. Man sieht absolut nichts, wenn der sich so auf den Kopf dreht und dann wieder umdreht und dann wieder dreht und... Lene geh von meinem Fuß weg. Mit dieser Katze, ey. Mit dieser Katze, ey. Yeah. Auf geht's ja. Nice. Dann komme ich nochmal 25 EP dafür. Ich werde schon beobachten wo der ist. Dich dass der gleich an mir vorbeizieht. Boing. Bist du schon in der Röhre? Boing. Da komme ich jetzt zusammen. I'm in. Der Höhere. So, diesmal schaffe ich's, diesmal schaffe ich's, diesmal schaffe ich's. Nice, diesmal schaffe ich's wirklich. Jetzt... Jetzt komme ich aus der Röhre raus. Hi. Dann fangen wir rein. Wow, dass du mal so nett warst und noch am Ziel gewartet hast. Spacken. Natürlich, das war voll wirklich keine Absicht, aber egal. Autsch. Hey, bald bin ich level up. Nur noch eine Million Rennen fahren. Ah, ja. Ja. Ach du Scheiße, der Reifen von Loan. Give it to me, give it to me, give it to me. I'm a dude, I'm a dude. I'm a dude. ARD Text im Auftrag von Funk